Niguano-Mann schreibt, soll ich mir einen Tracer holen? Vielen Dank für deine Nachricht, Niguano-Mann. Das hier ist so ein Tracer. Hier nochmal ein bisschen näher. Der wird vorne auf die Airsoft draufgeschraubt wie ein Schalldämpfer. Voraussetzung dafür ist, dass die Airsoft ein Gewinde hat. 14 mm CCW. CCW steht für Counter Clockwise. Gegen den Uhrzeigersinn. Damit das Ganze funktioniert, braucht ihr Tracer-BBs. Die fliegen hier rein. Hier drin ist eine Lichtstranke und ein Blitz. Sobald das hier reinfliegt, blitzt der Blitz auf und die BB wird aufgeladen. Für das Auge sieht die BB wie ein Laserstrahl aus. Im Wald ist es meist zu hell dafür. In der Halle funktioniert das sehr gut. Wenn ihr in der Halle spielt, dann immer mit Tracer. So seht ihr, wo ihr hinschießt und ihr könnt viel besser zielen und treffen.